Also bau doch mal bitte da, da, da und da eine Tür hin. Da, da, da und da eine Tür hin. Das weg, das weg, das weg, das weg. Während wir da unten im Untergrund zu Gange waren, gab es wohl doch ein, zwei Wirbelstürme. Na gut, du weg, du weg, weg, weg. So, so. Das mit der überdachten Welt, also die ganze Welt, ein Bunker, wird glaube ich langsam doch immer interessanter. Auch wenn ich denn keine Ahnung habe, wo die Gegner spawnen. Die spawnen hier quasi in unserem Gebäude. Sehr komische Vorstellung, aber na gut. Ne, da muss erstmal Sand weg. Das, das, du musst weg. Dahin, 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 du musst dahin. Dahin, Ausrüstung. Schwerter hatten noch nicht alle eins. Also werden noch nicht alle eins haben, wenn ich die sehe. Genau, eins, zwei Schwerter fehlen noch. Gut, die produzieren wir als erstes. Silberschwert. Eins, zwei Silberschwerter. Gut, dann wollte ich Werkzeug haben. Und zwar Silberspitzhacke. Holz, Silber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Meh. Acht davon. Dann mehr Silber. Können jetzt ein Bar noch herstellen. Ah, das ist echt mau. Dazu, dazu, dazu. Weg, weg. Weg, weg. Weg. Menno. Haben wir ja Riesenlöcher hier gemacht. Portal. Dahin zum schnelleren Laufen. Schwerter werden hoffentlich hergestellt. Werkzeug auch. Sehr gut. Essen sieht okay aus. Könnte mal wieder nachgefüllt werden. Vor allem mit neuem Essen. Eintopf. So. Äh, Brötchen. Ja, da. So, das reicht erstmal. Wie schaut es mit der Welt aus? Geht inzwischen. Links zumindest. Und rechts. Noch nicht so wirklich. Dazu, dazu, dazu. Zu, 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 zu. Weg, weg, weg. Alles weg, weg. Zu. Zu, zu. Sehr gut. Was wir auch testen können, ist einfach ein Hintergrund einzufügen. Obwohl, dann wachsen wieder die ganzen, ja, nee. Also, Hintergrund meinte ich, ich mach einfach hier einen Dirtblock hin, dass wir eine Dirtwand hinten haben. Und dass dann der Wirbelsturm eventuell die Blöcke nicht beeinflusst, weil die irgendwie stabiler sind oder was weiß ich. Nun, dann haben wir halt das Problem wieder, dass überall Efeu wächst, was ja genauso schlimm ist, wenn nicht sogar schlimmer, als der Wirbelsturm. So, ich hätte gerne Bäume. Okay. Und ich hätte gerne meinen letzten beiden Schwerter. So. Und so. Dann. Silberspitzhacker. Sehr gut. Du. 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 Oh. Warum haben wir eine Metri-Spitzhacker? Ist schon wieder jemand gestorben, unser Lord-Hämpchen hier. Nee. Ach so. Weil ich das ersetzt habe. Okay. Du. Du. Äh. Also, wir brauchen noch recht viel Silber für die ganzen Rüstungen vor allem noch. Allerdings will ich erstmal gucken, wie weit wir denn von Gold weg sind. Goldwerkzeug gibt es nicht, weil Gold halt viel zu weich ist. Bei den Rüstungen verstehe ich es immer noch nicht, aber Goldwerkzeug gibt es anscheinend nicht. Es gibt nur noch Mitrilwerkzeug und Mitril ist noch nicht so wirklich unsere Reichweite. Das heißt, wir sollten das Silber jetzt benutzen für die Werkzeuge. Und das Gold denn für die Rüstung? Ich weiß ja nicht. Wir sollten allgemein überhaupt mal anfangen Rüstung zu bauen. Die laufen noch in Leder rum. Also gut. Jetzt, wo wir die Silberspitzhacken haben, können wir auch Gold, glaube ich, wieder besser abbauen. Drei Minuten noch. Jungs, geht mal schlafen, wenn ihr Schaden genommen habt. Sucht Weg. Macht nichts. Geht schlafen. 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 Schlafen. Sehr gut. Also, alle schlafen. Ich verteile jetzt auch keine neuen Befehle mehr. Auch wenn es mich in den Fingern juckt, hier überall noch was hinzusetzen. Obwohl, das könnte ich mit einem Zwerg machen, der volle Lebenspunkte hat. Wenn es denn irgendwo noch so einen gibt. Du da. Du. Kontrolle übernehmen. Haha. So. Drei Minuten Zeit. Job, job. Also, eigentlich nur eine Minute wegen doppelten Speed-Bonus da. Lauf, 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 Lauf. Wir müssen Diko-Sache machen, bevor der Fein kommt. Hallo, Ork. Bye, bye, Ork. Hallo, Schnecke. So. Da. Zu. 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 Du kriegst doch gleich ein Portal, damit er schnell hier rauskommt. Weil ich denke nicht, dass wir es schaffen werden, bevor die Welle auftaucht. Du, du. Weil der Stein muss doch noch weggehauen werden. Oh. Das geht aber schnell mit der Silberzeug. Da haben die echt was gedreht. So. Äh. Portal. Was zur Hölle machst du hier? Sammeln sie in Dirt ein. Ist klar. Hier. Weg. Geht nach Hause. Du. Geht nach Hause. Geht nach Hause. Mensch, stirb halt. Was soll's. Also. Welle kommt. Drei, zwei, eins. Risiko. Von links. Seist. Portal. Oha. Beholder. Portal. Dahin. Und töten. Und genau dann kommen die zwei dicken Beholder. Und der erste fliegt. Ja. Ausweichportal ist hier hinten. Oha. Soll ich auch gleich Gegner kommen. Und schon bringt wenigstens ein, zwei von ihnen um. Schwertkämpfer plus eins. Ah. Sehr gut. Und wir halten uns gut. Und noch bei zehn Zwergen. Das ist das Wichtigste. Es darf keiner sterben. Die sind allerdings auch sehr gut dabei. Warte mal. Können wir zu Zwergen ein bisschen helfen? Nicht wirklich viel, weil nicht so viel Mana haben. Aber so zwei Feuerbälle müssten drin sein. Busch. Busch. Okay, komm. Drei. Vier. So. Jetzt müsst ihr die Lasse alleine machen. Aber sie werden da nicht durchkommen. Das ist das Problem. Ja. Leben niedrig. Ja. Geht alle in das Portal nach Hause. Schlaft ein bisschen. Lass die durch ein, zwei Türen noch durchhacken. Die wir eventuell mal zumachen sollten. Und greift dann unbedingt von rechts aus an. Dass ihr nur gegen die Skelette kämpft. Und nicht gegen die ganzen Behold. Oh, schläfst du? Weil du Zeug einsammeln willst, ne? Ja. Da liegen Knochen rum. Die muss ich mitnehmen. Oh, wir gehen dann nach Hause. Okay, soviel zur Belagerung. Wir kommen langsam in die Phase, wo wir es nicht mehr schaffen, alle zu töten. Das war vor kurzem ja noch anders. Aber na gut. Lässt sich nicht ändern. Ich hoffe mal, sobald alle Eisen- und Silberrüstung haben, wendet sich das Blatt wieder zu unseren Gunsten. So, was brauchen wir? Die da müssen sterben. Dann müssen wir die Türen einsammeln. Türen neu aufstellen. Weg, 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 weg. Genau, Schwerkempfer plus eins. Sehr schön. Also Türen einsammeln, Türen aufstellen, Schnecken töten. Bäume fällen. Lamas können erstmal leben. Silber. Wir brauchen definitiv viel Silber. Das heißt, Dekokram hier oben soll ich dann erstmal lassen. Und unten stupide weiter nach Silber suchen. Das heißt, Türen dahin. Portet euch alle hin. Achso, hier, Holz hacken. So, Türen einsacken. Genau, kletter einfach rüber. Hack nicht die ein, zwei Blätter weg. Kletter einfach rüber. Tür dahin. Tür dahin. So, Silber. Hier war Eisen, da ist Kohle. Hier. Ich hätte gerne hier ein Portal und ich würde gerne hier lang graben. Ruhig ein bisschen lenken. Wir haben keinen Mana für das Portal. Na gut, dann macht man das so. Mana Trinke hatten wir, glaube ich, für Nufel auch noch welche, oder? Mal kurz. Ne, wollten wir machen, haben wir nie. Dann machen wir das einfach jetzt mal. Du, dein, du. Schleim, Zomirne, Knochen dürften wir ein paar haben. Ja. Wasser und Flaschen. Und kein Pilz mehr. Ja, 24 Mana Trinke für genau solche Situationen. Aber ich sollte sie echt nicht verprassen, um noch zig Feuerbälle zu schmeißen. Aber wenn wir so richtig mau sind und die Zwerge durch zigtausend Katakomben laufen müssten, um hierher zu kommen, dann passt das schon. Oh, da hast du einen Pilz drauf. Okay. Das lieber Werkzeug geht hier echt durch wie Butter. Sehr schön. Mehr Zwerge. Mehr Mana. Fünf Minuten da. Ne, ne. Bis dahin ist schon eine neue Folge und wir haben volles Mana. Mach hier mal ein Loch, dass wir besser durchkommen. Oh, Bulle, Bulle und sind einfach unten drunter durch. Zing, 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 zing. Eisen, Diamanten. Nicht so wirklich hoch auf unserer Prioritätenliste. Das da könnte jemand zumachen, wenn er lange weile hat. Das da hinten. Lassen wir noch mehr Diamanten hoch und Gold. Okay. Gold sage ich jetzt nichts mehr zu. Und die Diamanten nehmen wir einfach auch mit. Was soll's. Brauchen wir auch für ein paar Rezepte. Also die Testerspule zum Beispiel. Und falls wir einen Portalraum bauen, können wir auch da schon mal vorbereiten für die nächste Welt, wenn denn eine kommt. Was aber komisch wäre, wenn nicht. Hier stellen wir lieber Scaffold hin. Ja, komm. Scaffold, Scaffold, Scaffold. Mach das da weg. So. Das da, das da. Die können weg. Und wir haben kein Portal mehr. Ähm, Trank. Ist ein Trank vielleicht schon fertig? Ja. So, also. F1, du trink mal einer Trank für uns. Portal. Geht alle zurück. Lauft das Portal. So, und dann mache ich noch ein Portal. Und zwar da unten hin. Kürzere Hölle willst du jetzt hin? Willst du die Schnee gestreicheln oder wie? Genau. Trottel. So, das, 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 das. Scaffold. Das da nicht. Macht endlich mal den Kristall da weg, genau. Damit der da weg kann, damit das da weg kann und alles weg kann. Brutal ist gleich alle. Aber ich mache mir einfach jetzt ein Käffchen. Also bis gleich. Und diesmal komme ich nicht vorher wieder, bevor das Manafall ist. HER美味 babb这个 funnel. Sheik tut mir einfach nur echt viel feedback.